Entdecken Sie die unvergleichliche Interliving-Kollektion und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten für Ihr individuelles Zuhause inspirieren. Bei der Interliving Box Springbett Serie 1407 verbinden sich eine elegante Optik, zahlreiche funktionale Vorzüge und die hohe Verarbeitungsqualität zu einem rundum überzeugenden Ganzen. Bei der Interliving Box Springbett Serie 1407 sind verschiedene Stoff- und Kunstlederbezüge verfügbar, sodass Sie das Design der Möbel exakt an Ihre Vorstellungen anpassen können. Bei diesem Box Springbett wählen Sie aus zwei Kopfteilen, drei Matratzentypen sowie aus jeweils drei Bettbreiten und Längen. Zu den optischen Besonderheiten dieses Box Springbett gehört das Polsterkopfteil mit markanten Steppnähten. Die auffälligen Quereinzüge sind echte Blickfänger. Neben dem erstklassig konzipierten Box Springbett stehen Ihnen Nachtkonsolen mit mehreren Schubladen und Glaseoberplatte als ergänzende Möbel zur Verfügung. Auch der speziell geformte schwarze Metallfuß begeistert mit seinem modernen Look. Alternativ erhalten Sie das Bett auch in Schwebeoptik. Die Interliving Box Springbett Serie 1407 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle fünf Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.